Moinsen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickfoss! Der Klamm-Pow-Shot sucht neue Member, alles klar. Pow-Shot ist mir jetzt scheißegal. Oder auch nicht. Der Klamm-Pow-Blabla-Blabla. Ähm, jetzt erstmal mal, ich war ja wie gesagt jetzt eine Woche auf Malta und falls mein, äh, Englisch-Lehrer, genau, der Englisch-Lehrer war's, das sehen sollte, ja, ich geb's zu meiner Schande zu. Ich hatte einen Island Monkey als Freund. Dann schlagen sie mich nicht. Okay, alles, ansonsten, die Animateure waren total cool an dieser Stelle. Ich weiß, dass du es nie sehen wirst, aber trotzdem, Gruß an dich, Chris. War echt lustig mit dir. Auch Adrian möchte ich grüßen und natürlich Alex. Mit euch dreien war's lustig. Dann noch ein Gruß an Daniel. Dan- nee, Daniel heißt das ja, Daniel. Daniel. Mit dem war's auch immer richtig, richtig lustig. Das war der Island Monkey, der Insel ab, von dem ich euch erzählt habe. Und, ja, dann würde ich jetzt, was, TS? Egal. So, dann würde ich euch jetzt gerne von einem Projekt erzählen, was mir so eben in den Sinn gekommen ist. Wenn ich hier dann zu Ende geschrieben hab. Und, this game is over. Super. Lohnt sich total, dass ich reingekommen bin. Und so würde ich euch gerne von einem Projekt erzählen, wenn ich jetzt nicht schon wieder irgendwie abgelenkt werde. Und zwar, würde ich gerne folgendes machen. Ich werde von immer mehr Leuten angeschrieben. Hey, GP, machst du LP? Blablabla, 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 blablabla. Und deswegen würde ich... Äh, deswegen. Alter, ist bestes Deutsch. Und deswegen würde ich euch ja mal fragen, wer Lust hat, mit dem LP dabei zu sein. Das bitte ich jetzt einmal. Das werde ich jetzt auch nicht nur nochmal erwähnen. Aber falls ihr mit dabei sein wollt, Bock drauf habt, mal mit mir zusammen LP zu machen. Sei es Double LP oder einfach nur dabei sein. Ähm, ich sage jetzt hier, ein einziges Mal meine Skype-Adresse, falls sie zu sehr überschwemmt wird. Falls ich mal bekannt sein sollte, was ich allerdings nicht annehme. Falls die überschwemmt wird oder sowas, dann werde ich natürlich die Adresse wechseln. Wäre halt geil, wenn es nicht zu viele wären. Aber an alle, die Bock drauf haben, mit mir LP zu machen, meine Skype-Adresse ist Gameplayer3050. Und, ja. Einfach adden. Ich werde jeden annehmen. Und deswegen würde ich... Mich würde halt jetzt interessieren, wie viele wollen halt LP mit mir machen. Ach, der will Brickshot. Kriegt er nicht. Wie viele würden gerne LP mit mir machen, das würde mich echt mal interessieren. Ich werde wirklich jeden annehmen. Und je nachdem, wer mich dann zuerst anschreibt, je nachdem, ob ich Bock drauf habe, werde ich dann auch annehmen. So, das war's eigentlich. Ich weiß nicht, wie ich das Projekt nennen werde. Wahrscheinlich LP with you. Oder irgendwie eine ganz geile Abkürzung. So, ansonsten, über was kann ich denn reden? Felix Baumgartners Rekord wurde gebrochen. Der offizielle, irgendein Geschäftsmann hat den echt über Trumpf bootet und bla, blie, blub. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, dass das absolut gesponnen ist. Wer will bitte schon den höchsten Sprung der Welt haben? Weißt du, anstatt mal so meisten Frauen in einer Minute gebankt zu haben, ne, irgend so ein Schrott wie, ey, ich hab die Scheinmauer durchbrochen. Wow, ich hab's auch erst heute wieder durchbrochen mit nem Flugzeug, aber das ist ne andere Geschichte. Ich bin ja jetzt von, ähm, Malta, war das, weggekommen. War wirklich geil, natürlich. War wirklich schön. Ich kann's nur allen anderen empfehlen, außer halt die Hauptstadt, die war ungefähr so geil und sauber wie ne vollgekackte Klorschüssel. Und da waren so diese Liebes eigentlich. Und mein Scores auch wieder prr-dolay, opay. Ja, äh, ich mach jetzt einfach mal so auf gut dünken das Video. Ich weiß noch nicht, wie lange es wird. Ich weiß noch nicht, wann ich beenden werde. Ich weiß nur, dass mich gerade RavenPlays angeschrieben hat, GP, und der ist nämlich ganz so lieb. No homo, Raven. Mein lieber Raven, ich weiß noch nicht, ob du jetzt YouTube-Fan von mir bist. Und what the fuck was that, what a lucky shot. Ich weiß ja nicht, ob du Abonnent von mir bist, aber falls du dieses Video sehen solltest, H-M-M-A, ich hab mich mehr lieb. Ey, werde ich hier gestalkt? Werde ich? Werde ich? Bin ich Zombie? Ja, ich bin Zombie. I need over mid-light. Komm, go, 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 go. Den krieg ich da sonst nicht mehr weg. That's why. Ah ja, ich möchte übrigens mal an dieser Stelle noch ein riesiges Respekt-Bekundung-Dingens-Bums, you know, loswerden, weil... Nein! 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 Nein, 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 nein. Scheiße. Okay, und zwar an dieser Stelle mal, Max, ein super-duper-grosses Lob an dir, ha? Ich muss sagen, ich, äh, war erst skeptisch, weil, ich kann's jetzt schon mal ankündigen, denk ich mal. Das wird auch demnächst auch entkommen, wenn ihr Glück habt, sogar noch heute. Also, das wird erst morgen entkommen, das Video, aber vielleicht noch heute. Als 200-Abo-Special, falls wir die natürlich jemals erreichen sollten, wohlgemerkt. Als wir die jemals erreichen sollten, wird ein 200-Abo-Special kommen und Max hat einen Trailer fertig geschnitten. Das sieht wirklich geil aus, da sind wirklich einige Stellen dabei, von denen ich mich gar nicht mehr mehr erinnert habe. Und denen ich gar nicht mehr wusste, dass ich so in Müll gelabert habe. Und ich hab teilweise echt lachen müssen, von meinen Witzen. Obwohl die so schlecht waren, ja? Das ist schon eine Kunst für sich. Äh, und ja, dann will ich noch eine Ankündigung machen. Und zwar, meine lieben Freunde, dürfte diesen, äh, äh, ich glaub, na, Dienstag nicht, Dienstag nicht, aber... Auf jeden Fall wird diese Woche noch ein Livestream von NoMoreRoomInHell kommen. Wahrscheinlich wird der Max aufnehmen, aber es wird auf jeden Fall mit mir zusammen sein. Und, wer dabei sein will, einen, mit einem wollten wir noch machen. Game gibt's gratis bei Steam, kann ich nur empfehlen. Doch, doch, ha, 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 ha. Falls man fragt, ich hab gerade probiert zu werden. Nicht, weil ich jetzt Angst hab oder so, nein, ich will mal später ballerieren werden. Und ich hab natürlich auch den falschen Nachteil dabei. Und was mach ich eigentlich auf Sniper mit einer Spy? Hier ist es eine andere Sache. Und die Runde geht auch noch viel zu lange. Alter, Alter, au, ich bin, ich bin gestirbt. Wer eine 50er PSC will abo und kommentiert, unser Kanal Mike Leons von das beste Comment gewinnt. Alles klar, sexy Lady, alle mal dort kommentieren. Und wer gewinnt, der kann die PSC an mir schenken. Ich glaub's ja, ich sag's nicht, aber okay. Und, ja, ansonsten, was gibt's noch, was zu sagen? Ich muss irgendwie noch ein bisschen Zeit schinden, damit das jetzt Play ein bisschen erzähler wird. Äh, äh. Ich mag helfen. Ach, verdammt. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich sagen soll. Ich hab alles gesagt, was ich sagen will, sagen muss, sagen tun soll. Und so. Äh, also, alles Wichtige wurde jetzt einfach passen. Und what the fuck, wieso bin ich jetzt gestirbt? Äh, ja, im Prinzip, ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch. Wenn das Video gefallen hat, gebt natürlich einen Daumen nach oben. Für einen Daumen nach oben werde ich euch nicht vergessen. Ich vergesse das nicht. Alter, der leckt ja mal so krass, wie so ein Gürteltier an seinem Opfer. Ach ja, und was ich noch sagen möchte, was mich ehrlich gesagt wirklich ein bisschen betrübt, ist, dass die Minecraft Season so schlecht ankommt. Weil Minecraft ist ein Projekt, was ich schon sehr, sehr lange mal machen wollte. Ich hab mich sehr darauf gefreut und bin ehrlich gesagt wirklich ein bisschen enttäuscht, dass das so schlecht ankommt. Aber ich muss natürlich sagen, es ist scheiße, äh, kommentiert und so alles. Das gebe ich natürlich auch offen zu. Könnte lustiger sein, vielleicht sollte ich mal aufnehmen. Aber es gibt auch einige geile Momente, die ja schon passiert sind. Wartet nur bis Part 19 oder so. Das wird wahrscheinlich laut, der Tod, der Rohstoff, der, 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 der Rohstoff. Der Rohstoff-Uhrer. Und ansonsten, ja, äh, naja, ich kann jetzt halt nicht sagen, ja, like das, like das, das wäre scheiße. Das ist eure Entscheidung, ob es euch gefällt oder nicht. Oh, siebener B, ich kratze am Tod. Ich kratze mit dem Löffel rum. Und er schmeckt nicht gut. Ich will nicht gekickt werden. Alter, Junge. Wie du leckst. Bestes Hartz-IV-Internet-Protor. Ich schöne so, das war's eigentlich mal jetzt auch von mir. Äh, ich kann euch nicht empfehlen, das zu liken oder so, aber wäre halt schon nett, wenn ihr das wenigstens mal ein bisschen länger anguckt. Wir geben uns Mühe. Ansonsten, das war's. Ihr werdet morgen, das Epic-Fail ist der behindertste Kleine in der Welt, er soll sich schämen. Meine Meinung. Alles klar. Alten Löff-Firma kommt mit Gratiswaffen. Das probiere ich jetzt noch gleich nach dem Let's Play aus. Also bis dahin, Leute, ich würde mal sagen, äh, haut rein. Na? Und, ja. Bis dahin. Ciao. Ciao.